Das ist ein Ja. Alter, mit nem C-Wagen! Du musst immer Enter drücken, wenn du's ausgewählt hast. Hab ich! Ich drück A! Und klar! Kommt zu ner Wolkenfeuerwerk fest! Und nicht fahr rückwärts, weil... Das Spiel hat mein... Mein Spiel hat die Wagenkrennung nicht anerkannt. Ah, die Maps. Wait, what? Ja, sag ich ja. Oh fuck, das verdammt! Nicht! Was war das für ne Lache? Das war ein Schrei! Oh, der Bus fährt auch rückwärts. Ah quatsch, nicht der Bus, der LKW. Man kann auf der Map doch gar nicht rückwärts fahren. Klar! Man kann schon! Wir sind doch Rampen! Ist doch ne Rampen! Alter, der hat mir 60 HP abgezogen! Ich steh hier! Ich steh hier und kann mich nicht mehr bewegen! Hallo? Will mich jemand finishen? Loll, jetzt fahr ich wieder oder was? Oho! 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 Oh! Hey! Hala! Boah! Da steht ein... Alter! Da steht ein demolierter Bus nach der... Im Looping, ja ich weiß! Oh, darfst ein LKW! Eieiei! Ich hab nur noch drei Reifen! Alter, ich sag euch jetzt schon, das wird absolutes Chaos im Looping! So, was geht im Looping? Links oder alles? Ich bin demoliert! Du musst nach links fahren! Alter, ich glaub, das seins! Ich bin platz 5 und habe im Auto gewesen! Ich hab mir geschlossen! Ich hab mir gebraucht! Ähm, ich glaub da der Mut! Ich bin zurück! Ich glaub deine Karne macht auch noch mal lange mit! Hast du dich rechts gehalten? Ich hab mich links gehalten! Aber rechts auf den Platz mehr gewesen! Oh! Oh! ein bisschen dumm hat er versteht er kein spaß an weg fest oder was will der hier dort will der herr was für sich ja ja ich vermute mal demoliert worden und macht jetzt schluss nein der auto und sohn ich bin auch demoliert worden und mache aber nicht schluss ja halt weg fest heißt und nicht v spiel ja in der stunde machen wir auch treffen ich stelle hier vor darum herum ich habe ein hp ich muss das irgendwie treffen ich sagte ich sagte wenn der heiter ist dann hast du dann also eigentlich dennoch lebt ich bin dritter bin immer noch ärzter was was drei runden jetzt ganz groß dimensional schief und bin ja schon fünfter und mit alles leben und leute leben nur fünf leute ja eben es lebt noch eine und wir drei hinter mir ja der überrundet ich schon ich habe keine reifen mehr wo er hätte jetzt aber auch wenig ich habe noch drei reifen habe ich auch zwei weil sie nicht erik schafft mit einem hp einfach mehr als dreimal soweit ich habe ich ich habe genau sechs hp zwei reifen ja die hunde die hunde die ganz gut herzlichen glückwunsch ich doch können schaffen und demoliert da kam ein schuss von hinten und er hat sich selber damit aber zeitlich hättest du es eh nicht gemacht ich will für euch mal einen eindruck echt leon als ob man als wenn als wenn was machst du da ich bin demoliert ich bin demoliert nice layout geil super mega leistung das hast du echt ich will auch besser als der kreisbevon sagen es haben nur es haben nur drei leute beendet hä vor allem weil ich hatte 72 kp oder so im ziel noch ja gut wenn du erster bist ist das auch normal ja im loop oh wut 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 ich sehe mehr als drei schulbussen wut wut hier hi nico hi juli hi erik hi leon wut als kann etwas mehr 兄 alter ... alter der bus fährt mittlerweile voll schnell ja ja holisch aaw ja aj ja was Nein oder Oh, du hässliche Schwulen im Gesicht. Das habe ich gesehen. Aber ich so habe es gesehen, Främi. Främi? Främi? Ja, aber ich ziehe trotzdem mal vor. Ich will einfach nicht als erster Df sein. Ich will einfach nicht als erster Df sein. Alter, den habe ich richtig weggefil... Alter, Främi, jetzt hör doch auf mich zu überholen, man! Ich kann es euch aufwischen. Ja, der muss mich scheudig sehr schnell, man. Främi! Nee! Ich darf nur... Ich darf nur... Ich darf nur... Ich darf nur... Ein HP! Und natürlich als erster... Oh, nee... Främi? 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 Halt's ab! Jetzt kriegt jemand an, dass die... Främi, 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 komm, man darfst du, Främi! Yes! Alter! Ja, lass den Jörn kicken, ne? Ja, echt, Mann, mach mal hier einen Kick auf Leon. Prost, Prost, hallo! Prost! Hey, ich lieg! Was? Hier ist Instant zurücksetzen. Ja, ja, ne? Die Map ist echt viel zu klein für so viele Leute. Ach, du Quatsch! Vor allem, Alter! Hey, lol, ich bin 17. Wie viel leben denn noch, bitte? Oh, Juli! Nein, nein! Ach! Bereit! Ich bin 16. Ich bin 14. scherp! Oh, ist das Possible? Hallo, Juli! Hi, Leon! Oh, da fährt eine Münchner! Oh, Leo! Oh, Leo! Hallo, Leo! Jawoll. Aufpack, aufschlitt, aufpack, aufschlitt. Der wurde ja mal von allen gefickt. Au, au. Leo. Jawoll. Ich bin demoliert. Gib Gas. Kuli hat sich hingelegt. Dein Wurst verschwindet schön in den Weg, Leon. Ja, ich weiß. Und dann klatscht ich noch in die ersten Gegend mit Vollgas. Donk. Lol, wie beendet. Ja, vor allem mit Bussen, die Typen. Ja, oh. Ja, normalerweise geht es immer acht Runden oder so. Dann sind die ganzen Autos nämlich schon tot und die Busse gewinnen. Das ist ein bisschen arg lame. Und plonk. Donk. Erstmal schönen Bus mitnehmen. Oh Gott, ich starte an einer sehr, sehr schlechten Position. Wir fangen ganz hinten an. Okay, die ist dann... Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Die Schulbusses sind... Hey, die Schulbusses sind schneller als ich. Starke Leistung. Ich habe zwei Meter unter der Richtung. Ich bin zweiter Platz für 1. Ich bin zweiter Platz für 1. Was? Frame hier auf vier? Ich bin zweiter. Ich bin auf zehn gestartet. Ich bin erster. Warum stehst du einfach so im Weg, ey? Was mach ich denn? Was mach ich denn? Was mach ich denn? Hallo? Hallo? Ich steh hier. Ich steh hier. Ja, ich hab dich gesehen. Nichts passiert. Ich drück nach hinten und ich bin jetzt 18 Tor. Was macht Leon auf Platz 1? Was? Leon Ersche? Moment, wo ist Leon? Erster. Ja, er auf Platz 1. Das Dreckspiel kotzt mich sowas von an, grad. Ja, wir merken es, ey. Ja, dann spiel es nicht mehr. Ja, ich drück... Oh, ja. Ich beende die Aufnahme mit Schüsse. Jeder hat keine Lust mehr dazu. Natürlich nicht, weil das Spiel... ...soll. Das macht ja, was es soll. Ein Schulbusses erst war. Was macht's denn? Ich drück nach... Ich drück rückwärts und nichts passiert. Ja, wenn du keine Reifen mehr hast und aufgebuchst fisch, dann sollst du nimmer fahren. Das ist halt so. So. Ein Schulbus ist erster, ne? Nur mit dem Sist. Fick dich, Robinson Buso. Jetzt klingelt hier mein Wecker und ich fall auf den Kopf, ey. Warum? Warum klingelt dein Wecker? Ja, Aufstehzeit. Ne, weil jetzt die... Weil... Weil ich jetzt eigentlich meine Spiellab öffnen müsste und da eine Kiste öffnen. Oh, wow. Ah, ich bin jetzt hinter... Ich bin sechster. Das heißt, vorm, wir müssen noch irgendwo Nico sein. Nein, das ist Främie vorgebe. Ich seh dich, Främie. Am Kohnfeuerherz. Au, au! Treads! Alter, da ist ein Reifenstabel, den man nicht... Alter. Ihr seid doch solche ästlichen Spass diesmal. Alter, hört doch auf mich wegzuficken, dann. Alter, scheiß Bus. Alter, ich bin demoliert, ich hab... Boah, was macht der Bus da? Boah! Boah! Boah, hochkassen! Hallo, Främie! Au! Hi! Dankeschön, lieber Iceman! Iceman wie immer! Zieh, zieh, zieh! Flak, flak, flak! What? Ich glaube, meine Lenkung hat ein bisschen gelingen. Oh, oh! Hat sie gelassen, ne? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Okay, nur einmal gedreht. Au, hätte bist du bloß, hätte bist du bloß bei mir! Nein, ich bin auch unter der Fall! Ach, okay. So schlecht. Oh, da war Främie! Oh, Nico ist hinter mir. Da war Främie. Ja. Ich bin 15er, na toll. Ach, da. Nö! Hey, du bist immer... Hey, Leon, du warst mal Erster! Ja. Wie hast du das jetzt geschafft? Ich will nicht drüber reden, okay? Naja. Au, fuck, ich bin runterfallen. Werde schon unter... überrundet. Warm. In einer Minute ungefähr. Okay, schaffe ich. Au, fuck! Ja, das ist ein Auto. Haha. Främie, was ist da los? Nein! Ja, ich... Uh, uh, uh! Ich wollte mal ein bisschen Ballett machen. Ja, hab ich gesehen. War wunderschön. Hoppala! Über das Auto. Kommt drüber. Kommt da drüber. Ja. Oh, schon zu Ende. Ja. So. Wie starten wir denn? Hä? Was denn? Hä? Was ist das denn? Warum? Alter, Juni ist verrückt. Au, 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 au. Erick, lass mal ihn hinstellen. Oh, au, au. Ja, wir haben jetzt hier, oder? Ja, au, au, au. Hier, hier, hier. Hier, wo Enges. Oh shit, ich bin voll vorbeigefahren. Warum steht da ein Mähdrescher? So? Genau. Erick. Erick. also da ist ein anderer schulbusse man da was ist hier los ich habe ich glaube ich gefunden ja ich bin auch mit 80 habe ich mich und du stehst jetzt echt beschissen da er steht fast genau in der mitte sorry da fährt ein bus und platz 3 welche farbe hast du knallgrün so ist so wie nico die strecke geht gar nicht hier lang moment moment die julie ist verwirrt und er ist in der letzten runde grün wissen die kurve hinter ihm noch immer der battle bars da kommt fremy da kam fremy das und jetzt exklusiv geil dieses spiel ist einfach nur geil dieses spiel ist so geil ja das spiel ist auch scheiße das ist scheiße geil dass jemand anderen wegfracken kann ist es geil ja als fünfter ja ich hab gar nicht beendet ja gut da ich bin ja immerhin der beste von aus der runde hier aha ihr loser war der erik ist der einzige noch lieb von uns der ist letzter übrigens jo mega leck gerade klonk 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 jetzt bin ich gerade auf zuschauen gegangen hat sich echt gelohnt ja aber ich würde sagen das war eine wunderschöne folge ragfest wir sehen uns das nächste mal wieder bis dann tschüss 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 tschüss